Was geht ab, Leute? Ich bin Mr. T. Stellt mir eure Fragen! Also, an Aliga1824 und nicht an mich. Ähm, und ich mach ne Top 50 aus den besten Fragen. Es können lustige Fragen sein, es können ernstige Fragen sein, wie auch immer. Also, auf jeden Fall ist es ein FAQ-Special. Also, Leute, bis dann! In den Kommentaren stellt mir eure Fragen. What the fuck?